Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video zu dead by daylight mit zizelin jeder kennt ja ihn 3 steve challenge 3 steve challenge dann auch die gleichen outfits das ist das ist das ist das ist ein richtiger faktor ist aufgefallen die perks die ja geendet werden von den namen werden noch mal geändert oder wurden in irgend so ein release wurden die wirklich noch mal geändert dass du weißt das search von demogorgen dieses spannungs ding fall hieß ja anders und dann hat es einen dritten namen im perk also in der perk beschreibung namens jolt bitte ach kein wunder warum jetzt weiß ich wo wie dieser bug entstanden ist weiß ich habe so ein video ich habe mal so ein video gefunden wo wirklich steve und nancy einfach nur aus enttäus rausgetanzen weil die diesen geflohen die haben die sie haben es geschafft die sind es geht also ich sage was mir noch aufgefallen ist der demogorgen wurde theoretisch dass sie nicht kriegen kannst deswegen ist es bei der demogorgen einfach unsichtbar er hat es hier vorgekommen bist du das hier mit dem generator ja es geht weiter so bist du ich habe kurz hoch zu sitzen wenn ich den generator machen ich hole die box es reicht mir ich habe es ich habe es ich habe mich am hand gepackt ich habe mich am wasch gepackt da hast du okay der andere ist die pappel schon nein 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 hat mich verfüllt achso ich habe es da hinten ist ja voll da hinten geht was ab, Alter da hinten sind blaue Dinger hast du was? nein, lass dich nicht erwischen, Steve, bitte bitte lass dich bloß nicht erwischen dann haben wir wieder die ganzen Ketten am Marsch hehehehe wir rennen dir hinterher, Digger, Alter wir rennen dir hinterher, krass fuck am Marsch hehehehe schade das ist ein Shatterer, Digger, Alter ich hab gar nicht mehr aufgefallen, dass das Hilfe, er hat mich ich hab gar nicht mehr aufgefallen, dass das ein Shatterer ist ich bin hier immer noch neben dir ich hab Space gespand nein, oh nein, der hat die Box nein, hat er nicht jetzt wird er die haben Gott, hör auf Gott, hör auf Gott, hör auf Aaaaaaah heheheh äh, der launcht nicht äh, Shatterer ich hab noch niemals gegen Shatterer gespielt als Legendary Skid das sieht auch schön aus nein, er kriegt den Steep, weil er weiß, wo der ist ach so, er hat die Box ich dachte, der ist schon down gegangen mit der Box nein, ich bin da unten gegangen hallo der krieg ich meinst schon mal meinen Perk vor ich muss den Kael aufnehmen ich habe einschätze aber du bist geworfen für eine gewisse zeit ja aber der ist nützlich der redet immer noch ist ja ich habe die ketten abgekriegt die Die Klappe, die Boxer hochkriegen. Ich hole die Box. Nice. Ich kann auch die Boxsorbe durch. Du warst da? Ich bin da. Der muss erstmal abgelenkt werden, damit ich auch öffnen kann. Hast du getippt? Jetzt willst du die Boxsorbe. Wir sehen da hinten laufen. Wir haben erstmal Ruhe. Ja. Aber ich nicht. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich hab kein Pop. Oh nein. Sorry. Ah. Jetzt rennt er mir hinterher. Vielen Dank, Daddy. Sorry. Weil wir alle so gleich aussehen. Soll ich die Box holen oder mach ich das? Äh. Nee. Okay, ne, ne. Aber mein, die Folge nicht. Okay. 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 Boah, Alter. Ich dachte, er zieht mich jetzt so. Ich war genau hinterm Stein, wo ich den Generator lachte. Mann. Oh, okay. Die Palette liegt nicht mal richtig am Stein an. Oh, shit. Oh, shit. Ich weiß nicht, wie ich den Tod auf jeden Fall. Oh, blablabla. Schau. Du darfst ja mal weg. Oder dann gehts noch kurz weg. Ich hab nicht mehr weg. Nice. Ich hab eigentlich so stieg... Er hat gegen den scheiß Holz geschlagen und trifft mich. Die Lieber an Paletten. Das war ja nicht mal eine Palette, das war ein Holzpfeiler. Mitten nicht geschafft? Mitten nicht geschafft? Nein, weil der andere Steep ihn hochgelockt hat. Nein. Ich würde sagen, wir holen die Box. Die Box hat das Ding schon hier. Ich glaube, wir gehen nicht zum Stück, oder? Da hab ich was funkeln wollen. Was war das? Verschlappen, Tygo. Verschlappen, Tygo. Das geht nicht. Der ist nah dran, der geht dabei. Das muss man dann machen. Hoffentlich, ich hab das Ding ins Adrenalin. Alles auf der anderen Seite. Dann versuche ich gerade zuzuhören. Scherl folgt hier, ganz sicher. Da ist auch der Killer. Oh, hier ist die Luke. Okay. Und da ist auch die Box. Okay. Die Liefdeine Opfer waren nicht umsonst. Der Killer hat den Tor aufgemacht. Oh nein, 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 nein! Ich geh ganz sicher raus, Digga! Ich geh raus, Digga! Ich geh raus! Raus, raus, raus! Raus, geh raus, Mann! Ach, die Ketten? Stimmt's! Ich hab ne andere, ich hab ne andere Befürchtung. Was er hatte. Was? Das will ich jetzt sehen. Oh, ich dachte, Alter. Soll ich sagen, was ich dachte, was er hatte? Was? Bloodborne. Ich dachte, er hatte Bloodborne. Wir wären aber auch nicht rausgekommen wegen den Ketten. Doch, die Ketten schon. Also, die kann man easy abmachen. Aber, wenn er Bloodborne hat, dann gilt das circa für zwei Minuten, bis du im Match drin gefangen. Und die Zeit geht ab. Huh! Das war knapp, Alter. Ich dachte, er hat Bloodborne. Oh nein. Sowas für eine zweite Runde. Kannst du mir helfen, es mitzufinden? Was? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich muss es suchen. Was suchst du? Wir müssen jetzt rumrennen. Was suchst du denn? Das wirst du sehen. Ich hab ja noch niemals die... Die Map gab's ja noch nicht, wo das mal rauskam. Theoretisch. Alter, dieses... Was ist es in der Mitte? Ich muss nicht die E-Mann. Ich muss nicht die E-Mann. Ich muss nicht die E-Mann. Das ist Michael. Er ist gerufen, Volk. Alter. Tja, wo ist es? Ich muss mein... Ich muss mein Geschwür finden. Sein Tun- Moor! Mein Tunor, alter. Man hat's ja Generator macht, wenn ich sie gefunden habe, sah ich sie, wo es ist. Der Stalk mich eher... Der Knife ist nicht der Stalk. das ist ein Stalker-Wall Oh! Toten gefunden! Die Panzer gesehen! Das ist doch in Ruhe! Geh weg! Das ist doch jemand anderes! Meine Presse! Newbie, but cutie! Dieser Name! Ich hab ihn verloren! Endlich, Alter! Nervt mich, Alter! Nervt mich, Alter! Ei! Warte, ich muss da geradezu noch in diesen Räumen gucken? Das weiß ich wirklich nicht, wo es ist! Äh... Hm? Wo bist du mein Geschwür, Digga? Wo ist es? Ich hab's gehört! Ja! Hä? Wie kannst du das jetzt mitnehmen, Digga? Das ist ne Challenge, Digga! Du, dann Nitzka sammeln! Ja, ja! Ich muss das für ne Challenge tun! Das war aber vorhin noch nicht, Digga! Wir sind nicht vorhin lang gerannt! Ne, das... Wir waren unten lang gerannt! Nicht oben! Wir waren oben! Wir sind dann untergegangen! Ne, ne! Ich bin... Ich war unten! Ich bin oben gegangen! Was erzählst du da, Digga? Ich klatsch dir gleich an! Die Geometrie ist nicht deine Stärke, oder? Ne, ich bin ja auch durchgefallen damit! Achso! Ich hasse auch Geometrie, also... Ich hasse nicht mal Geometrie! Oh! Ah! Ich hab' ich nie gehört! Ich hasse nicht mal Geometrie! Traumig aber nicht so! Wie lang ist der denn in Level 3, Digga? Der hat bestimmt ein bisschen Grabstand, wenn ich mal weggehe von Level 3! Ne, du meinst... Der Haar... Sein Haar macht das! Was? Was, Alter? Was hat ihr für eine Reichweite, Digga? Ah! Ah! Komm, sag doch mal was! Von hier, Alter! Ja, renn rein! Er ist ja nicht Level 3, ne! Er kommt zu euch, er kommt zu dir! Okay, er geht zu den Gedauern... Und nimmt ihn hoch, oder? Ah! Tolle zweite Runde! Hä? Tolle zweite Runde! Ja! Nur wegen Nektar, Digga! Nur wegen schönen Nektar! Deine Lücke! Rennt sie so hinterher und ich und ich... Oh, das ist Michael! Quatsch! Komm! Komm! Okay, der Slap! Wie, jetzt doch versteckt? Komm! Komm! Na, der weiß ja nicht, wo du bist! Ne, rennt ihr in der Nacht! Du hast Baby-Zinn, oder was? Ne, ne! Ja! Boah! Ah, bin es jetzt kein... Hab ich wenigstens keinen Heilungs... Ähm... Niedergang? Der hat sowas von das Erdung, oder? Gott! Make safe at all! Ja, der hat dieses eine Vögelzeit nicht mal runter geht! Dieses Addon! Was für ein Curb? Was für ein Curb? Dieses Addon, meine ich! Ja, der hat halt nicht mal runter geht in Stufe 3! Der ist extrem lange! Ja, 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 ja! Laug ist Toots Haarsieger! Oh, hier steht keine Verletzung mehr! Der eine versteckt sich im Schrank! Ich bin neulich damit in meiner Erdung! Ich kann ja noch ein bisschen warten! Der kommt erst gar nicht! Der sitzt da in der Ecke und macht nichts! Ich sehe das! Der hat alles! Der ist Neu-Clayer! Gold-Player! Neu-Clayer, meine ich! Nicht Gold-Clayer! Ja! Diamant-Player! Der sitzt in der Ecke und macht nichts! Mach mal den Punkt! Hol mich doch nicht runter, wenn er kommt! Weil er gerade zu mir kommt! Der ignoriert mich! Ich bin an ihm straight vorbei gelaufen! Hallo geradezu! Mr. Freund! Hallo! Okay, bitte fassen Sie mich an! Bitte fassen Sie mich an! Bitte fassen Sie mich nicht an! Der kommt! Los! Oh! Oh! Du dringst! Bitte! 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 Nein! Was macht die überhaupt? Sie wollen... etwas numbers! Das wäre so was von ein Thomas-Player Alter! Das ist ein richtiger Thomas-Player! Thomas ist mehr into Scratch-Mers, aber ich kann mir vorstellen, dass er das auch macht... Was stehst du dann hintenrum, du spielst Du auch zu Florian! Guck dir den Glühwein oder den Bein oder etwa. Was ist denn so ein Scheiß? Weiß ich nicht. Hat man die jetzt gegen beschissen? Komm ich lauf von Michael Mann. Nein, was ist denn hier? Hilfe! Hilfe, bitte, bitte! Wieso ignoriert der mich? Digger! Guck mal! Ich fühl mich jetzt, ich fühl mich jetzt ignoriert. Oh Gott! Digger! Nein, es stinkt! Scheiß! Siehst du nicht, dass ich am Haken war, Alter! Bist du, klingt doch was! Ich fühl mich hier gerade leicht ignoriert. Das ist kein Haken! Es ist kein Haken! Es sieht den Haken nicht! Oh! Oh! Digger! Wo pisst dich? Hilfe, 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 Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Mama Mia! Mama Mia! Ich krieg' Schnappatmung in Digger! 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 Wo hat der mich gerührt? Weil er dachte, dass du es bist! Er dachte, es wärst du, Alter! Ich versteh' das nicht, Alter! Ich versteh' das nicht, Alter! Ich versteh' das nicht, Alter! Die macht einfach einen Scheiß, die macht einfach einen Scheiß. Ja, wer hat gejagt, bitte. Jetzt bitte stirb. Ja, sie stirbt jetzt. Das ist die richtige Palettenverschweckung, Alter. Mein Gott. Man kann nicht bei dieser Obstkitz stricken, Alter. Du bist ein bisschen zu groß. Ja, fliegen, da war ein Fenster. Ja, jetzt macht sie es wieder. Was machst du, Digga? Bist du dumm? Alter, was ist die für die Spiele? Die hat einen Perk, Flink, ja? Bonny, hör mal zu. Die hat einen Perk, Flink. Geht schnell über ein Fenster. Benutzt ihr Flink. Geht zurück über ein Fenster. Dann geht sie nochmal zurück über ein Fenster, das blockiert wird. Flink ist sofort ausgenutzt, wegen der Zeit. Und sie lässt dich schlagen. Bei die... Meine Haare liegen heute gut. Wegen diesen Spieler. Der Kukam, der auf einmal Erde die ganze Zeit kein Terraradius gab, der Typ. Ja, war ja, tut klar. Tschüss. Ich hab jetzt meine Ernstung. Jetzt wird's Ernstung. Ich hab jetzt die Ernstung bekommen. Jetzt wird's Ernstung. Warum bin ich? Ich hatte einfach Käpsle auf Ernstung, Alter. Ja, hier, duftendes Haarbüschel. Der ist... Konsole, er kann nicht... ...hass ich das. Manchmal muss ich so einfach einen Stöhner rauslassen, dass Konsolenleute einfach nicht es lesen können. Es ist das... Es ist der reinste Kotz, Digga. Der reinste Kotz. Was lachst du denn da? Das ist der reinste Kotz. Und... Und nicht mal die andere, Julia, kann einen Scheiß machen. Das ist der reinste Kotz, Alter. Der reinste Kotz, Alter. Ja, genau so. Naja, ich hoffe es hat euch gefallen bei diesem Video. Mit DadByDayLab. Mit zwei Steve-Runden, die sich jetzt gegeneinander angucken. Na, Steve? Na. Genau. Und... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zu einer... Fantastischen... Maike Meyers Add-On-Runde. Wo die Runde wahrscheinlich ein reinster Kotz... Die Runde lyft oder? Du corporations. Maike Meyers dieраrend ihr in uns beim 8g suchen. goo-ö poi... Su Normal-Einge Inaktion. coalition haben wir sie heute und Esper88 hat creo... Es ist das, was unser Baby, Frust und Capaktion. 오�عل этот abon problemas können. Ultimate-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Trikats da. Käthe Party活 Muito. Daabon Attồn Creator Familien der Reine. indulgen wir uns beim 5ge Musiker und fallen raus Bronze. Bis zum nächsten Mal.